Ikapada Kurparajanu Halasana ist eine Variation des Pfluges, der eine gewisse Grazie hat. Raffaella zeigt, wie es geht. Auf einem Ellbogen ist das gestreckte Bein. Mit der anderen Hand verhinderst du, dass du nach hinten wegfällst und das andere Knie ist gebeugt. Und das Stärken ist mit einer anderen Hand. Wissen Sie, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie, dass sie die Hand machen können, Wir sind in der Hand und wir können, dass Sie die Hand.